Zurück zu Resident Evil 7 Immer noch mit diesem Ekelhaften Ton Wo ist diese Kajüte, wo ich hin will? Bin mir gar nicht sicher Hä? Es geht ja schon wieder gut los heute Aua Tschüss Kleiner Geschlossene Gesellschaft Ich habe eben schon mal weiter gespielt und geguckt Wo es lang geht Ich dachte, der macht jetzt die Tür auf Und Wo war das? Von der anderen Seite verschlossen Aber hier will ich doch hin Das ist genau da, wo ich hin will Ähm Da ist was Pillen Hier ist nur die Kotze, genau Sonst war hier nichts Okay, dann werden wir mit denen erschießen müssen Hä? Das ist auch noch weg Da oben will ich mich durch Ja Das habe ich mich im letzten paar die ganze Zeit in der Aufregung nicht gesehen Ähm Bin ich jetzt nach links oder rechts? Ich weiß es nicht Der unten scheint versperrt zu sein Also gehen wir jetzt hoch Hallo Target acquired Target acquired Wir kommen hier näher Oh, dieses nervtöne Iiiiiiii Ist hier irgendwas? Ich sehe nichts Ich sehe nichts Ich sehe nichts Hier ist so ein Sunny Teil Computer Im Fernseher Hier könnte man Aber keine Videokassette reinmachen Das wäre bestimmt lustig Videokassette Reinstecken Und dann ist man im Video Im Video Weil wir sind ja noch im Video quasi Doppelder Plottwist Da, guck mal wer da ist Oh, oh An wem sieht Nicht gut aus Wo ist Ivi? Sie ist außer Kontrolle Ohne ihre Behandlungen Wird sie verfallen Gut, dass ich schon sterbe Sag sowas nicht Dir vertraut sie Das kleine Mischstück Das ist ein kleines Mädchen Ivi, nein Ivi, Ivi Ich hab sie zu gemeint Sie versucht die Kontrolle zu überwenden Du musst sie bekämpfen Nein Die verwandelt sich von innen gerade Die hört echt gut Nein, da ist sie Stiefel Sind wir jetzt tot? Es geht weiter Jetzt haben wir auch diese schwarze Säure an uns Und so Begann Mias Verwandlung Damals Nehme ich jetzt an Von da kommen wir Also gehen wir jetzt hier lang Hier liegt noch seine Leiche rum Hat leider nichts dabei Sonst könnten wir ihn nochmal Was beklauen Hier ist immer diese Embryos drin Hallo Ein Computer Ist hier irgendwas? Mach doch mal eine Taschenlampe an Wie wäre es damit? Ich sehe überhaupt nichts Hier sehe ich was aber Ich verstehe es nicht in den dunklen Ecken Dass man nicht einfach die Taschenlampe Das Video Das ist dieser Computer Es ist wirklich Ethan Du hattest recht Ich hab dich angelogen Das war falsch, aber Ich will dir nur eins sagen Wenn Dich dies erreicht Such Mich nicht Vergiss, dass du mich je Kanntest Hab ein gutes Leben Hier Schließt sich der Kreis Dann war sie wahrscheinlich Feuer unter Kontrolle Hat das andere Video gemacht Und dann Wo sie dann wieder Sie selbst war Hat sie versucht sich zu So frei Äh Hallo Geht's noch? Wir greifen an den Türen Da kommt schwarzer Ekelweil raus Evelyn Au Wir werden für immer zusammen sein Werden wir nicht Ich werde hier Den Chaos machen Hä? Was? Oh mein Gott Wie können wir zusammen sein Wenn du versuchst Mich umzubringen? Und so sank das Schiff Und mir Starb wahrscheinlich Und konnte nur In Anführungszeichen Weiterleben Weil sie infiziert war Ich darf Wir kämpfen Jetzt gegen Evelyn Ärgerlich Im letzten paar Träne ich als rum Und suche Und suche Und suche Und da war Dieser kleine Luke da oben Wo man durch Schlupfen kann Hallo Zehn Stunden Später Alter Da wurde das gerade Lange Was ist hier los Leute Jetzt aber Also die Story Ist geil Ich meine dieses Schiff Natürlich Immer dieselben Gegner Immer dieselben Gegner Das regt auf Und es sind zu viele Gegner Man hat einfach Keine Munition Dann stellen dich Gegner 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 Das regt so ein bisschen auf Aber die Story Ist geil Also die Story Ist immer noch Mega Und die Ladebildschirme Sind auch Richtig geil Nö Du bist ein Sauber Du hast mich getötet Wir waren nie Eine Familie Wir werden das nie sein Eine Familie Dann brauche ich dich nie mehr Was Oh, wie die kostet Jetzt können wir sie reinstecken Wir haben keine Abspeichern Da wir jetzt natürlich fast am Ende sind Wenn ich dieses Spiel mega geil feier Ich würde gerne auch das Ende sehen Wenn mir Zoe die Das Gegengift geben Werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen Ja Fristlössige Chemikalie Weil es interessiert mich brennend Was dann passieren würde Hier kommen wir dann runter Jemand hat die Inhalte mitgenommen Ich will ja nicht durch den Fahrstuhl Gibt es bestimmt noch was Toll wir haben zwei Chemikalien Aber sonst nichts Und kein Dietrich Ich will den Dietrich Maschinengewehr Wir haben gar kein Mg Computer Er ist kaputt Ein Kraut Können wir uns sogar Heilungen machen Toll Da kommen wir auch noch nicht durch Wo kommen wir überhaupt irgendwo mal hin Hol den Dietrich her Ach jetzt geht es hoch Nicht runter Alter 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 Ich bin Mia Ich muss bei jedem Trittendenkst Dön Stöhnen Wir gehen durch das Loch Ich bin die kleine Mia Computer Kamera Vielleicht funktioniert er noch Vielleicht Das ist ja hier bei uns Das ist Der Speicherraum Ja genau, das ist der Speicherraum Genau Der Lift Keine Ahnung Even S2 Ganz unten ist Even Hör auf, Evelyn Handabdruck Ja, wir haben Handabdruck Das kann keine Hallo sein Ich weiß nicht, wo sie ist Da hängt jemand Aber hier liegt was Bumme mit Fernanzünder Der hängt da so schön rum Das ist aber nicht der Käpt'n Käpt'n, oh Käpt'n Hä? Hä? Hier ist nichts drin Ich will mich noch nicht heilen Was später? Ich bin noch sparen Schießpulver Nichts drin Verdammt Nichts vergessen Überall hingehen Okay, ist egal ob wir da oder da lang gehen Am Ende geht's dann eh hier Oder da lang Aber wir haben immer noch nicht Das Edzmittel Also es muss wahrscheinlich denn hier noch ein Stückchen weiter gehen Wir brauchen erst das Edzmittel, Leute Hallo? Edzmittel Ich habe keinen Schlüssel Ich will diese Bombe Was soll ich jetzt erst gucken? Da ist das Maschinengewehr Ich will diesen Schlüssel Kreuzschlüssel Kann hier nicht verwendet werden Ich will dieses scheiß Teil Karte des Schiffs Da gibt es einen Schacht Der Schachtet immer Scheiße Oh nö Zurück in den Fahrstuhl würde ich sagen Hä? Lüpp Da war ein X Ah Hä? Toll Äh Äh Luis Das Kabel ist komplett durchgeschmort Wir hatten zwar ein Ersatzkabel Aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren Dann muss Dr. Waddeln danach fragen Die brauchen mich unten im Maschinenraum Nummer 2 Aber ich kann nicht runter gehen Bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen Äh Die Sicherung Hä? Aber das waren doch gerade Zwei Sachen Können wir von da unten Die Sicherung hier rein machen? Aber was kommt denn da hin? Da unten lief gerade jemand Deshalb will ich hier hoch Überlebensmesser Geil Endlich mal was was wir brauchen Hallo Warum fallen die auch immer mir vor die Füße? Hallo Knuddelbär Knuddelbär Bärchen 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 Endsmittel Gut dass wir hingegangen sind Stellabspeicher Ich überspeichere jetzt immer das oberste Weil ich In der Tat Das so wie in noch mal sehen will Und ich weiß nicht mal welcher Spiellichtstand das ist Ich hab's noch nicht ausprobiert Irgendeiner muss es hier aber sein Würde Sinn machen Hallo Jetzt weg Hat geklappt Hä? Ich hab eine Bombe Und du hast keine Entriegel Ja Hier kann man das letzte Mal durch der Stande an Dass da zu wär Ich bin die Kajüte Tschüss Hä? Die Tür geht da zu Toll Maschinengewehr Muni Toll Ich krieg die ganze Maschinengewehr Muni Aber das Maschinengewehr Hängt im Schrank und wartet Tschüss Türen besser Wo kommt der her? Tschüss Hä? Wo bin ich jetzt hier? Ist alles so verwirrend Sie macht immer ein Licht an Kann ich den kaputt machen? Achso Pistole Geil Hä? Dietrich Dietrich Wo war Nochmal Hä? Ich kann das Ding nicht abschießen Toll Unser Freund ist wieder da Gut Der ist weg Okay Ist wieder da Scheiße Aua Geht's noch? Wenn mich jetzt von hinten erschlägt Ruck ich dir in die Aber wir haben ja Nüben Sachen Toll wir sind nicht mal voll geheilt Voll billig Was ist das? 16 Jahre seit dem Albtraum von Ragun City leben Ne leiden die überlebenden immer noch Ragun City Was ist das? Schießpulver Um Ragun City Ging's ja tatsächlich in der Demo Die wir ja jetzt nicht gespielt haben Hallo? Oh Hallo? Hä? Wie komm ich da jetzt wieder raus? Alter Willst du mich verarschen? Klar Der kann einfach durch die Tür stechen Löst er sich auch wieder auf? Durchrennen Hier ist die Tür Wir haben sie gerade entriegelt Noch mehr Bomben Noch mehr Bomben Schrankschlüssel Kapitänskabine Das Ist der Schlüssel Wo wir Die MG bekommen Leute Hä? Warum steht der immer da und wartet schon auf mich So behindert? Ich denke schon Schnell wieder hoch Ich will diese MG Ich will die MG jetzt Was jetzt passiert Ich will diese MG Das war ganz oben Ich bin so bescheuert Das ist die einfach nur Aber ich hab vergessen wo ich Der war vorhin noch nicht da Tür zu Ich hab die Hinskabine Praktisch nur geradeaus Alles klar Der Schlüssel Ja Und Bomben mit Fernanzünder Wir haben die MG Leute Wir haben die MG Ich bin so so jetzt wird er zurück in den fahrstuhl die trich wo war das schloss für die trich das hier auf 3f war das nicht hier speichern speichern ist immer gut speichern ist wichtig nehmen wir jetzt das weil ich jetzt gerade einen fehler gemacht habe ich bin der meinung dass die kiste auf 3f war oder 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 da ist der schacht da hinten genau runter links geradeaus ach so dass es das wieder jetzt macht dieses licht an wo ihr es liegt schon fast mehr oder weniger anders da ist die kiste antike münze ich hätte lieber muni genommen schießpulver weil die münze bringt uns relativ wenig sag ich mal ja mein freund nein kein mittel wo komme ich jetzt das mittel her wo geht es da hinten hin bestimmt die so eine abkürzung zum steuerraum könnte ich mir vorstellen ich würde eher sagen das war es für diesen part im nächsten geht es weiter bis dann ciao ciao Bis zum nächsten Mal.